moin freunde zu einer weiteren runde league of legends heute gedacht ach kaum paar maokai support aus okay maokai rework ist durch aber wie man sieht ist maokai rework noch kein bisschen durch noch kein einziges bisschen ok bei maokai rework ist es hier jetzt wort er ganz viele wort sind die schon von da oben bis von hier bis nach hier gehen er komplett rüber gehen und alle festhalten gegner die wort sind sogar so langsam du kannst dem wort sind oder kanzler wort sie getroffen werden und dann kannst du noch mal rein in den wurzeln so scheiße die wortel bei der w ist es du springst mit der wien zu gegen ort hält sie fest oder ördisch du bist du sofort dabei bei dem alten und beim anderen da kannst du davor weg rennen das geht gar nicht klar das ist ja wie schön unterscheid da kannst du eben kannst weg da kannst du knacken im kreis weg ich wollte gerade war da drüben okay die haben ein blut starten denke ich mal wäre schwer war keine support die wollen wir okay vorm wiburg spiel eigentlich jeder okay ist schon wieder draußen ist nicht leider genau fahren wir hoch ist kein ding ich habe es mir ganz die fremd wird auch erarbeitet wenn du die eben dort im bus schmeißen ist die doppelt so hart was ist doppelt so hart dann ist macht die doppelte damit schalt die ganze zeit die von mir das gefällt mir gerade gar nicht was man noch sieht das ist heftig weil sonst sieht man immer nur xaya rakan sowas halt aber es ist ein vergleich vor dem rüber gut nach drüber das ist das spiel vorm wiburg und dann nach wie auch bei support spielen wenn man auch geht auch nicht im supporter so kommt schön gemacht das ist keine wie kommen diese aus hier kommt ich hier raus ein guter trade kärtlich schön wir haben ja kein tp und die haben nämlich ich will mich supporter brauchen soll ich hier schade und setzt uns beim potter hin wenn wir ihn farben ist ganz okay was ist ganz okay ist wunderbar eigentlich an sich hier ist er breit und bildstoffe ist kein ding er ist auch kein ding ist okay wir haben nicht viel mal wir haben nicht viel mal was reicht für die wir jetzt in festhalten ok hat er gesehen leider haben wir ein wort gehabt nee du lässt meinen kleinen AC in Ruhe wow am autotech das war zuerst von kurzfristig kuh ja nicht ganz normal bei links nee kann ich mal oder die kurzfristig kuh wenn ich sagt jetzt schon die ja eh ja lass mal bisschen pushen ach schade wer kurz geklappt hat dadurch so jetzt kannst du eigentlich runter kommen ok fiss ist top lane so jetzt muss ich aufs jinn warten jinn ist weg ok 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 müssen wir gucken jetzt was geht so bisschen so jinniboy wo bist du denn ach man schon ja haben wir eigentlich hier mit ach wir haben heil mit ob wir bei exhaust eigentlich hier nochmal das ist ein bisschen leck noch das war nicht schlecht das muss ich dazu sagen das war echt nicht schlecht gerade was er macht hat mir ist jetzt so guck mal so ein bisschen was sind die eigentlich ad ap das ist eine perfekte mischung ist ok obwohl wir können mal gucken ob das ding da ist die ceiling warum jurig wir sind nicht jurig ist maokai ich brauche mal ein bisschen anders hier ein bisschen mehr auf direkt auf rüstung mit vorsort von mir sagt ok im schimpfen steckt lasst mich lange ich bin schon gemein na ja ja nicht so und ja ich dachte okay ist kein ding machen wald support gehen wie gesagt wir halt jokas raus ok alles raus alles hier ist alles news stau war richtiger mädchen richtigen stau war das ok vielleicht muss sich auch die wicke ksv ok oder french wir müssen ja begehen obwohl ich habe auch vor dem volk wiesel 6 das wort die holen dann steht hier direkt auf frozen art zu gehen wir holen uns erst das frozen art ding haben wir reingehen können bevor wir all der übste pink apokalypse noch können wir pushen ich weiß lieber herr jinn wieder da ist auch liebe herr jinn und die liebe frau nami und da kam sie frau nami da hat sie auch so ein ding drin, schade fahrmäh sieht es aus okay ist ganz okay boah das fette riesen schwert das long blade da ist nami so ist noch kein ding da kommt dieser plinks raus okay sieht schon mal soweit ganz gut aus der hat die sassen auf namen joss verkehrser fälle das fällt auch gar nicht auf ne wenn der übste bin im wave ist und da geht einfach rein das fällt gar nicht auf warum soll es aufhören war wirklich unsichtbar okay als nami sonst nicht unruhigen oh weg 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 dieses lag dieses fucking lag hof ein gang von hier direkt ist böse das ist böse also ich schlecht dass das wald brauchen wir aussitzt sich zählen ganz ehrlich das bringt denn auch nichts mehr ab jetzt natürlich das support ein gewohnt sind aber ganz ehrlich marokai wer wie bei dschungel marokai klappt richtig gut richtig gut nur ist halt das mit ihr ein bisschen scheiße aber jetzt ich weiß was ich meine die ganze zeit die richtung mit lenken kann ich kann mir leider nicht schade oh hier kommt der plane oh fuck 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 oh leil Geh, geh, geh Na, ist das wahr Und du? So, kurz den Heerpot, äh, die Zieldinger Das Volk, ihr seid So, oh fuck, ich glaube nie Nein, wir gehen da nicht mehr rein Wir werden nämlich so hart sterben Okay, komm, pass auf, da kommt ein Yi Und ein Jin Und eine Nami Huhuhuhu Die war ja 20 Sekunde, warum? Das ist ein Heer-Wanker-Spiel, äh, Neunkel Das ist die Fall In der kurzen Zeit So Wer pinkt da nach Hilfe? Wo steht 2-0 Gegen Fizz Ich bin der A-D-Fizz Okay, weg, weg Oh fuck Okay, muss es gehen Okay, okay, okay So Maokai-Support ist voll okay Nur Wie heißt er Ist scheiße Scheiße Es hell Mom, fucking idiot Vor allem Wolf in pink Um Hilfe, ne Obwohl Wolf in 2-0 Steht Okay, okay, okay Mal kurz Ist schon so weit, dass man jetzt gegenseitig nicht angeklaut Oh mein Gott Holy fuck Ist das ein Ding drin? Nö, nicht Okay Open Mütter Ist das ein richtiges Jodo-Boy-Game wieder So ein richtiges Schinder 2-Kills Okay Okay, ist ein Ping-Wort Ich verstehe, was ich da mache, ganz ehrlich So hat leuchtet mir nicht ein Pass auf, pass auf, pass auf Vor allem bei ihm ist das ja auch keine Worts, oder? Hm, genau da Gehen wir hier rum, gehen wir da rein Okay Das gibt's nicht Komm, komm, komm Komm Geht doch Haben auch ein Wien-Kill bekommen, ganz ehrlich Wir brauchen einen Kill nicht Blaine braucht einen Kill Schön Okay, ist ein Ari Mit Tau Match ist ein Fisch, überzieht der Mensch Und ich sag, ja Mahokai Support ist übelst geil Ich sag's immer wieder Oh, fack die tägliche Scheiße Oh, oh, oh Oh, fack die tägliche Scheiße Jetzt sind wir wirklich die Scheiße So Mahokai Sub Is Nice Shit Ich hab's gesagt, ich hab's von Anfang an gesagt Spiel Mahokai Sub Und das ist voll okay Nehmt Dieses Wort Wo ist es hier sehen Wahrscheinlich ist das Stone Brauchen wir dafür Nehmt Full Full AD Full AD Maokai Also AD Full Armor Play save Six Please Please Play save Only Play save Play save Play save Ich bin einer von Millionen Die Marcafter Support Lane spielen Hm Oh, fack Oh, nice Nice, nice, nice Chill Oh, war's nice Richtig nice gemacht Nee, 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 nee Wir holen uns jetzt den Tower Wir machen uns keinen Damage Das ist ja auch jetzt AD Weil so eine Quillik hat Voll rein Boah, glännt die Sonne Heavy Essay So, ist ein Fall Okay Jetzt gehen wir zum Botlane Rüber, hätte ich gesagt Oh, fack Wir gehen hier lang Quasi Ah, fack Boah Aber wie ist es Dieser Abbruch Digga Nice My bed Sorry Jetzt soll ich mal Wird Und das war richtig My bed Alles AD Jetzt Da Okay Da Hat sie auch keine schlechte Idee Wir haben Ich Auch Dem Dafür Er Braucht Das So Anduin I Caught Space Hi Ich bin Support Okay You are One Go Sub In This Game And No Bad Sub Off Come get me Hildo Bop One One schön lass mich bitte gehen gut die ist raus Uh, Vayne? Vayne? Um I don't go in? Oh, weg, dock my lane, oh mein Gott, nein, ich hab kein Tank, oh, der Fokus von G sitzt richtig gut, äh, sie haben ohne den Tank gefaltet, haben ohne den Tank gefaltet leider. Puh, not so good, oh, Rassismus, sagen gesagt, oh, ganz böse. Törkler? Oh, man hat nie gehört. Scheiße, ich fliege nicht weg. Uff, Piki hat, oh mein Gott, ey. Wurde ich, dass wir die, ganz ehrlich. Wie ist es geliehen, übelts in Slade rein, also. Oh, die machen Böbeln. Okay, okay, okay. Na, ich hab jetzt schon mal keinen Böbeln. Äh, 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 äh. Und, wie, das so wird. You're lucky, the kicker. Piss dich. Alle hier, alle hier. Nein, er stirbt. jetzt haben wir ganz groß leben warum warum ich bin nur ein kleines support über drei gibt wenn andere reingehen läuft es nicht raus und das ist das typische das ist typische rufen in bronze silber hast du nur drin ist es so du bist drin weil sie ist drin und denkst du dann entweder ist so wie jetzt ein bisschen dicker stopp zweimal scheiß lieben ich würde ich so herrmann ist voll okay deshalb ist so ein game ich mache den scheiß was echt gewählt ist und scheiß also play das war play das war ein richtig schönes play der pflanze ich weiß nicht wo der ist das geht es gerade aus jahren ok also alles raus alter der wobek der wobek ist aber richtig scheiße bei fokus in der hake ist das ist die 35 aber ich finde so herr wie es ist einfach nur fährt die barbe hält uns lang von namen muss ich sagen hatte ich ja noch nicht kriegt dann kriegt er kriegt das krieg das schade da waren es auch so was wir sagen wir bauen jetzt darum hat er gesagt grund haben die 6 3 prechte ob man zu wollen ich habe auch schon ein bisschen damit das erste wird zwölfte diesen erst level zwölf und wenn es wird 13 und alle anderen 6 war ich und selbst eine afgabe das hört ihr von marie ist jetzt mit der stärksten kläder das ist auch für uns nicht gerade ganz viel entspannter macht dort der wälder ist richtig von arie einmal so einen schönen babbel was kugel da lang gefeuert ein muss sagen wir haben auch keine kein wort wir haben auch keine stone sehner steinsblaue item wort item die ulti war jetzt nicht wirklich nötig oder ich steht mir 24 ich musste das fortgehen das wahrscheinlich so gegangen ist so jetzt gehen wir auf und du platzt instant nicht weg hat er tp hat umg tp rüber tp und die ist natürlich afg und er geht auf backdoor willy backdoor yi oh das ist mies ich wollte beide für flamen jetzt ehrlich wirklich das negativ attitude es sagt immer mega rein also echt mega mega komm mal ein kleines baum rennt da weg haben wir uns da noch ein kleines... ne ne brauchen wir gerade nicht da können wir ein wort hin holen den baum holen wir da mal hin olle maokai last ist echt schwierig wo ich sagen aber toll weisband eigentlich da ist was macht er ja es ist komm ja der qualitäts machen warum doch was wir brauchen wir zu kriegen Was? Stil? Ich hab Fest hier halt nur. Ob ihr siehst. Oh, gestand. Nein, 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 nein. Vor allem durch Wülfen so gesehen. Wir hätten das Match schon easy gewonnen. Also echt easy. Und dann... Report Wülfen in Six. Ich war noch auf Warwick dran, weil Warwick kannst du auch nicht fehlen. Scheiß Report, das ist ehrlich. Ach, Mann. Na, okay, Freunde. Ich würde sagen, das war es nur weiter runter. League of Legends. Maukei, Freude, WeWork, Maukei, Nachhinein. Aber Fakt ist, wir fassen mal zusammen. Fazit. Maukei, Freude, WeWork. Als Support. Geht ganz gut. Nur wenn Jungle von Arches und Midlane im Early Geeks ein Glieder, einem Lade auch voll von Arches, die Big Bomb da übelts versemmelt. Bis ohne weiter. Aber naja, das war es mal. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dato, würde ich sagen. Wiederschauen. Und reingehauen.